Musik Mit der Start Nummer 1, Lina Lesmann Stamm Nummer 5, Kaisertill aus Rotterode Mit der Start Nummer 3, Brandhälge aus Harzgerode Start Nummer 8, Knot Emil aus Rotterode Start Nummer 10, Weigelt Emil, SV Lok Eilenburg Start Nummer 12, Kaiserturben aus Rotterode Start Nummer 13, Jürgmann Janis, SV Lok Eilenburg Start Nummer 24, Kaisertill aus Bad Freienwalde Start Nummer 17, Kaisertill aus Arzgerode Start Nummer 21, Kaisertill aus Rotterode Thürmer, Lothar Stand Nummer 30, macht sich bereit Anklang, Fritz, Bad Freienwalde Start Nummer 26, macht sich bereit Thüraller, Max, Lok Eilenburg Dieser Schatze mit der Start Nummer 28, Finn, Thüraller Und es geht weiter mit der Start Nummer 33, Dean Ben aus Grüner Start Nummer 32 geht's los Kuber, Luis, Emil aus Rotterode Start Nummer 37, macht sich bereit Max Zimmermann aus Bad Freienwalde Polo Paul aus Elba So, die 39 macht sich bereit Das ist der Kirsten Tamino aus Grüner Start Nummer 44, Koch Emma aus Rotterode Nummer 43, Max Mann-Eber aus Glockreim. Einer haben wir noch, das wird noch mal 45, macht sie bereit. Rosse Temea aus Grüner. Nummer 49, macht sie bereit. Rolke Senja aus Bad Freienwalde. Das ist gut, Startnummer 50, macht sie bereit. Linke Pauline aus Bad Freienwalde. Startnummer 48, Fiedler, Juan, SV Lok Eilenburg. Startnummer 47, der Luis Beger aus Eilenburg. Startnummer 58, Trug Simon, Bad Freienwalde. Startnummer 55, Nebel Elias aus Wittmar. Startnummer 57, Oskar Müller, SV Lok Eilenburg. So, es geht weiter mit der Startnummer 54. Platt-Typof-Leon aus Bad Freienwalde. Und es geht weiter mit der Startnummer 56. Und es geht weiter mit der Startnummer 16. Sauter Elias aus Wittmar. Startnummer 55, macht sie bereit. Quastro Bruno aus Bad Freienwalde. Mit der Startnummer 61 Blahuta Reuter aus Brotterode. Da geht es los mit der Startnummer 67 Jette Schulze SV Lok Eileburg. Es geht gerade mit dem Mädchen mit der Startnummer 68 Messerschmidt Merle Brotterode. 71 Ostranja Verzeihung. Und jetzt schon noch 75 Molag Atteju aus Bad Freienwalde. Mit der Startnummer 74 macht sich bereit. Kavian Mosner aus Eileburg, der Alenzer aus Eileburg. Der Sportnummer mit der Startnummer 77 macht sich bereit. Startnummer 82 Kratzel Lucy aus Brottenburg. Startnummer 79 für den Kampfrichter Anklang Carla aus Bad Freienwalde. Startnummer 80 macht sich bereit. Anklang Mina aus Bad Freienwalde. Auf 84 macht sich bereit. Zipper Lenny aus Brottenburg. Kavian Mosner aus Brottenburg. In einen Eilenburg haben wir der Oliver Wiesner. Mit der Startnummer 85 da sind die ganzen Fenster heute hier. Kass Zubal David aus Rottenburg. 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 Vielen Dank.